Hallo zusammen, mein Name ist Leska Sauder, ich leite das Lernzentrum Upgrade hier an der HRW. Das Lernzentrum Upgrade unterstützt euch bei den schwierigen Grundlagenfächern, insbesondere Mathematik, Naturwissenschaften und Mechanik. Wir bieten hier für den Übergang von der Schule zur Hochschule Unterstützungsangebote an. Das sind Tutorien, also begleitete Vorlesungsnachbereitung kann man sagen, wo nochmal zusätzlich Übungsaufgaben gerechnet werden können und zusammen mit einem Tutor oder einer Tutorin Fragen geklärt werden. Zusätzlich haben wir den Helpdesk. Der Helpdesk ist eine offene Sprechstunde, wo individuelle Fragen, die noch offen geblieben sind, aus Vorlesungen, Übungen und Tutorien geklärt werden können. Das heißt, jeder wird da abgeholt, wo er steht. Es können sehr schnell Grundlagenschwächen aufgearbeitet werden, sodass gar nicht erst große Lücken entstehen und man den Vorlesungen weiter folgen kann, sodass am Ende hoffentlich eine gute Klausur dabei rauskommt. Wir freuen uns auf euch und darauf euch unterstützen zu dürfen.